Fällt dir auch Verbundenheit zu der produzierenden Industrie, weil man nicht viel davon hört? Oder hast du das Gefühl, sie ist noch wie vor 50 Jahren? Dabei hat sich die produzierende Industrie in den letzten Jahren stark gewandelt. Heute ist sie innovativ und bietet interessante Stellen für BWR Studierende. Mit dieser Stimme unterstützt du nicht nur unser Team, sondern auch die produzierende Industrie. Und schaffst dir bewusst dafür, dass es auch in der Industrie spannende Stellen für BWR Studierende gibt. Stimmen Sie jetzt ab für das Team Nummer 6, OST.